Willkommen Leute zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Modis und heute mit einem kleinen Modi, der theoretisch sehr bekannt sein sollte zumindestens, sorry, ich bin ein bisschen verschnupft finde ich den sehr bekannt unter vielen Let's Playern ihr kennt den vielleicht auch von meinem Kanal schon eben in einer anderen Form, nämlich in Sabotageform aber die Rede ist von Trouble in Mein Will und ja, wie gesagt, ich habe da schon ein bisschen gespielt das seht ihr ja hier, auch wenn ich nie verstehe, warum ich nur 360 Karma habe sonst, ich hatte vorher immer mehr, keine Ahnung zumindestens, ja, es ist schon ein sehr bekannter Spiel aber ich wollte euch das auch mal zeigen, nehmen Sabotage nehmen hier hat man auch einen Traitor-Shop, deswegen mag ich das Spiel auch sehr gerne und man hat auch andere Sachen, wie zum Beispiel geilere Maps, finde ich also die Maps sind hier nicht von schlechten Eltern, sagen wir es mal so Leute, nein, Alter, gerade wo ich was snacken wollte dann fällt Dings aus, klar, ich liebe es ein Steinschwert, okay, ein Steinschwert ist nicht schlecht sind hier noch irgendwo Kisten die Kiste ist natürlich, die Kistensuche ist hier natürlich deutlich schwerer denn, ja, hm, keine Ahnung hier gibt es nicht so viele Kisten, das ist das nervig in Trouble in Mein Will aber, was will man machen, wenn man da nichts hat dann kann man auch da eben nichts haben und ich glaube, das wird auch nicht nur fünf Folgen gehen, denn Trouble in Mein Will ist einfach das naja, gut, Original, klar kann ich jetzt nicht sagen denn, ich weiß nicht so wie lange es schon Sabotage gab aber ich glaube ähm ja Trouble in Mein Will ist da schon ganz schön ähm, alt okay, wir sind Innocent das ist Innocente, das ist gut ein paar Thumbnails machen dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal zum Traitor-Tester wenn ich überhaupt weiß, äh, wo der Traitor-Tester war ich habe, ähm, dadurch, dass ich heute ein bisschen verschnupft bin äh, keine Ahnung ist mein Gehirn heute leicht beschädigt also kann ich auch nicht unbedingt was aufnehmen deswegen tut es mir leid wenn ich hier aber heute abkacken werde äh, sogar sehr schnell abkacken werde denn, ja, irgendwie wenn man krank ist, ist nicht der Kopf dazu gemacht irgendwas zu machen keine Ahnung warum es geht einfach nicht okay, hier sind ein paar Innos so, ich werde jetzt mal in den Traitor-Tester gehen und mal mal gucken Alter, müssen die hier einschlagen unbedingt so ähm, ja ich hoffe, die haben jetzt mich erkannt als Innocente und, ähm Leute, ich werde ständig zurückgepackt irgendwie habe ich das Gefühl irgendwas liegt heute an meinem Internet entweder oder hm keine Ahnung ich habe leider auch noch keine Traitor-Pässe die kosten nämlich Geld und Schüler haben nicht unbedingt das perfekte, ähm, Geldmanagement das ist einfach so ich gebe mein Geld aus für Technik und nicht für sowas was man nur einmal benutzen kann und ich meine jetzt ja, wenn ihr wollt könnt ihr mir gerne Traitor-Pässe ausgeben aber bitte nicht ähm ich kaufe mir glaube ich erstmal keine vielleicht wenn das ein bisschen mehr Waff hat aber ja vorher erst werde ich keine Traitor-Pässe kaufen bam ich mach nochmal ich mach nochmal ach nee jetzt ist erst Fari dran so Hallo so gut ich hoffe der sieht das gleich das ist kein äh da guckt er weg da guckt er weg ist klar ist klar da guckt er weg das ist, äh, keine Ahnung keine Ahnung wer das war oh, ein Detektiv wurde gekillt nein, ein Detektiv wurde gekillt oh Gott, wie viele sind wir hm, keine Ahnung okay der Maximus Ray natürlich ganz vorne dran hehehe so ja na wa 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 was machst du da was machst du da wenn der jetzt einen Creeper los schießt aber ich glaube der macht das nicht der ist gut der ist nett der ist nett glaube ich der ist richtig, richtig nett so ich bleib jetzt auch mal hier einfach das ist vielleicht ein bisschen unten nicht so spannend aber ich bin einfach der Typ der hier gerne irgendwo bleibt neben Detektiv oder so äh besonders weil der Detektiv weiß dass ich ein Innocente bin und ja keine Lust hab irgendwie zu sterben so ich verfolge den jetzt einfach mal der müsste ja theoretisch sehen dass ich kein ähm dass ich keine Bedrohung bin denn äh was ist das denn wer ist das ein ach toll ein äh wo ist der hin hier ähm wo geht der hin äh da ähm okay zwei Zombies zwei Zombie Girls hä 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 nein ähm was will der eigentlich jetzt erreichen interessant also es sieht so aus als würde er mich als Innocente ansehen und ja dann würde ich davon ausgehen dass er erstmal nett ist und ja ich werde ihn erstmal nicht angreifen falls er mich angreifen würde weil die Sache ist dann verliere ich meinen Karma und darauf hab ich eigentlich keinen Bock ich habe keinen Bock darauf meinen Karma zu verlieren das glaube ich aber jedem Trouble um Leuten voll das ist das Gute so jetzt schwimme ich einfach mit dem Typen mal hier hoch und hoffe ich ertrinke nicht ja wir haben gewonnen wir haben gewonnen Leute checkt das cool da habe ich jetzt bald wieder Zeug für irgendwas zum kaufen Tokens nennt sich das ja okay erste Runde haben wir gewonnen ich hänge gleich noch eine zweite ran und ich hoffe es hat euch jetzt erstmal schon gefallen und ich hoffe ihr seid jetzt nicht so enttäuscht dass ähm Dings jetzt nicht mal weiter geht's äh Sabotage aber naja Sabotage noch dazu dass es keinen richtigen Trader Shop gab es gab ja keinen wirklichen Trader Shop es gab ja nur ähm was gab's nur es gab glaube ich nur dass man Kisten dass man auch Rüstung bekommen konnte oder Tränke oder so das war das geile an Sabotage aber das Blöde war einfach ja was war das Blöde das Blöde war einfach daran dass es keinen Trader Shop gab also nicht sowas wie Creeper File oder so also ja richtig recht selten werde ich hier Trader ich hoffe das stört jetzt keinen aber Innocent Runden sind ja auch sehr wichtig besonders weil man auch über Sachen oh Mine Will Mine Will Classic das ist eine meiner Lieblings Maps ne nicht unbedingt meiner Lieblings Maps aber einer der richtig historischen schönen Maps und ich hatte jetzt gerade keinen Bock irgendwas anderes aufzunehmen deswegen haha einfach mal Trouble Mine Will gezockt lol ach jetzt werde ich erst ja klar ich ist klar ist klar ich werde erst teleportiert wenn alle Kisten schon weg sind ist klar ist logisch äh ja interessant ein Holzschwert cool nein die ist weg Mist lasst lasst mir doch auch noch einen Backisten Mann ihr boom ähm so erstmal sortieren wir haben noch genug Zeit zum Eisenschwert zu gelangen ich hoffe wir kriegen das natürlich das wäre natürlich ein richtig schöner Erfolg wenn wir das Eisenschwert bekommen würden hier ist auch keiner das ist das Gute vielleicht wären wir sogar Trader das wäre ja richtig richtig geil so ich hoffe ich kriege das Eisenschwert sonst versuche ich den Typie zu killen ist ja natürlich witzig komm bitte bitte oh nein die ruhige kleiner Spastiker ich werde dich umbringen ich werde dich umbringen wenn du lol lol oh fuck scheiße scheiße ich hab ich hab Detective umgebracht ich hab Inno umgebracht ist klar na wirst du Stress wirst du Stress wirst du Stress ja hier das war ein Traitor so ein mieser kleiner Traitor Mist jetzt hatte ich wirklich ich hab wirklich äh 20 ich glaube Innos wie viel Karma hatte ich bekommen äh oder hat ich glaube hab ich den umbekommen oder hat der den umbekommen umgebracht das bin ich mir gerade gar nicht sicher direkt das ist die Frage es sah so aus als hätte ich wäre der in mich gerannt und ich hätte den aus Versehen umgebracht aber es könnte auch sein dass äh ich äh Igitt dass äh ich ihn äh dass er ihn getroffen hat bevor ich ihn killen konnte das wäre natürlich auch eine Möglichkeit deswegen bin ich mir da gerade nicht so richtig sicher ich will da mich auch nicht festlegen unbedingt erstmal hier das schöne Haus fotografieren das muss es erstmal sein so F1 F10 F1 so bald muss ich das ja auch rumstellen wegen Nova ihr habt ja bestimmt auch das Problem mit den kleinen Dingern hier schon mitbekommen aber ja es existiert das mit diesen roten Streifen bei Nova und äh darauf hat man einfach keinen Bock hier hier sind hier sind Traitor also zwei drei Traitor sind wir schon mal los das ist gut Traitor sind immer solche miesen irgendwas bla 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 so ähm okay also er ist schon mal gut er hatte glaube ich auch nichts in der Hand wenn ich mich nicht ganz irre also glaube ich einfach mal er war gut und ja Er hat ja auch gesehen, dass ich Innocent bin, wenn er mich jetzt zwar Angreift, wäre das zwar sehr sehr Blöd, aber ich hoffe einmal Er ist Okay, was macht er hier für ein Mist Erstmal runterspringen, geil Oh, hier ist ein Zombie Und er war Eno So, erstmal hier sortieren Das Zeug brauche ich erstmal gar nicht hier Zumindest nicht hier vorne So, da ist Irgendwel so Nein, 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 nein Ich versuche meinen Nein Nein Nein, das kann, nein, nein, nein Okay, wieder zurück zum Spiel So Wenn das nicht der Typ ist, der mir das Eisenschwert geklaut hat Es wird wahnsinnig Ähm Will der den wirklich Will der den wirklich umbringen? Will der den wirklich umbringen? Also, wenn der den umbringen will, dann Keine Ahnung Also, ich hoffe einmal, der ist gut Sonst habe ich mich ein bisschen verguckt Und dann wird er wirklich sterben Dafür, dass er mir das Eisenschwert geklaut hat Schluss So Der ist nämlich gut Jetzt werde ich nochmal testen gehen Damit er weiß, dass ich gut bin So Du kannst sehen, dass ich gut bin Hier, guck Guck, dass ich gut bin So Okay Wir wissen schon mal, dass wir gut sind So Ein Steinschwert Wir brauchen kein Steinschwert Wir haben ein Steinschwert So Er scheint auch gut zu sein Ich hoffe es zumindest mal Sonst haben wir gefehlt Aber Wann haben wir denn nicht schon mal in einer Aufnahme gefehlt? Also, ich kenne kaum Aufnahmen Wo wir nicht mindestens einmal gefehlt haben Äh, ja Das war schon immer so Maximus Kanal besteht nur aus Fail-Aufnahmen, Leute Nur aus Fail-Aufnahmen Nein Das stimmt auch wieder nicht, aber Was ist denn Aufnehmen, bitteschön? Aufnehmen ist ja irgendwelche Fail-Aufnahmen mit hochzuladen Weil das macht ja den Fun Ähm 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 Was? Nein, es war ein Innocent, du Okay Er war ein Innocent Aber Ich glaube, der ist nämlich auch ein Innocent She's attacking me Yes, of course I see it I see That She's attacking you Ich bleib jetzt einfach mal hier beim Tester Und wir überziehen schon wieder Eigentlich will ich sonst nur 10 Minuten Folgen machen Und ich Mach hier schon wieder Überfolgen, echt So Komm, lass uns gehen Ey Ich teste ja schon Mist Irgendwas So, sieh's doch X-Toxi Also der hier war schon mal ein Das ist doch ein Wookie, oder? Ich glaube, das soll ein Wookie darstellen Der war schon mal ein Traitor Das ist gut Das ist sehr, sehr gut Das Traitor war Ähm Nun ist die Frage Wo sind die anderen Überlebenden? Ähm Also ich glaube, der ist guter Der hat, glaube ich Der hat ja auch getestet Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis von irgendwas Ein Goldfisch Goldfisch hatte, glaube ich, ein übelst Kurzgedächtnis Äh, Kurzzeitgedächtnis Aber Äh, ja Ich merke mir noch nicht mehr, ob der Typ hier getestet hat Oder nicht getestet hat Und obwohl ich das aufnehme Alter, wie bin ich manchmal? Wie beschränkt bin ich manchmal? Könnte sein, sehr groß Sehr doll beschränkt Das könnte natürlich sein Ähm Aber Ja Äh, da ist der Typ mit den Eis Da ist der Typ Da ist der Typ mit den Eis Das ist Fuck, 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 fuck Nein 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 Och Mann Okay Äh, ja, schön Ich habe Das war jetzt ein bisschen blöd Unnötig, wie ich gestorben bin Aber Was soll's Ich sag jetzt einfach mal Wir sehen uns Es war jetzt heute ein bisschen schlechtere Runde Ich weiß Aber Ja Oh, und der ist auch tot Es ist einfach so Ich, mir geht's nicht gut Und ich muss trotzdem was aufnehmen Und wenn mir nicht gut geht Dann kann ich auch nicht mit klarem Verstand aufnehmen Deswegen werde ich öfters verlieren Wenn es mir nicht gut geht Also Sei's drum Ich hoffe, euch hat's gefallen Und dann sehen wir uns irgendwann wieder Natürlich hoffe ich Wir sehen uns irgendwann in der Äh, Aufnahme Also wenn ihr meine Sachen guckt Wieder Aber Was soll's Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal